Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Jetzt erfährst du, wie Autovervollständigungsassistenten funktionieren, warum dir dieses Tool Tonnen an Zeit spart und ich zeige dir auch ein paar Anwendungsbeispiele. Kennst du das? Du tippst immer wieder die gleichen Dinge in deiner Tastatur? Ganz egal, ob das Signaturen, Kontodaten, Links oder ähnliches ist. Mit einem Autovervollständigungsassistenten gehört das der Vergangenheit an. Ja, damit du so ein wenig weißt, von was ich hier spreche, möchte ich dir hier kurz ein paar Beispiele bringen. Also wenn du zum Beispiel hier eingibst SIG 1, dann siehst du, kommt sofort meine Signatur. Also ich gebe das nochmal kurz ein, Strichpunkt SIG und sobald ich jetzt den 1er drücke, dann sieht der Textexpander, okay, hier handelt es sich um etwas, das ich ausschreiben soll. Ich mache die 1 und es kommt hier meine Signatur zum Vorschein. Das Ganze kannst du natürlich nicht nur mit Signaturen machen, sondern mit vielen anderen Dingen auch. Wie zum Beispiel habe ich hier für SIG etwas vorbereitet. Wenn ich eine Kontaktanfrage auf SIG bekomme, dann tippe ich nicht immer ein irgendwelche Dinge, sondern habe hier schon vorbereitet, was. Also nochmal, Strichpunkt XIN und wenn ich das G schreibe, dann kommt sofort diese vorbereitete Textpassage zum Vorschein. Das kannst du natürlich mit vielen machen, mit kurzen Dingen wie Signaturen, mit so Mitteldingen wie Standardantworten, aber auch mit langen Dingen wie Kundenanfragen, die du automatisieren kannst, dann kannst du das natürlich auch jederzeit machen. Das Ganze funktioniert natürlich nicht nur in Word, sondern in allen Programmen. Also auch wenn ich hier im Google Mail eine Signatur eingebe, funktioniert das. Auch wenn ich hier in Google Mail XIN eingebe, funktioniert das. Natürlich auch wenn ich in XIN dann eingebe, ja vielen Dank für die Kontaktanfrage in dieses Nachrichtenfeld, dort funktioniert das ebenso. Einzige Ausnahme, wo es oft nicht funktioniert, ist dann eben leider, sind dann Passwortfelder. Also die sind meistens nicht möglich, dass man hier im Passwort eben im Textexpander speichert und das dann mittels Signature eingibt. Das funktioniert in der Regel nicht. Ich möchte dir hier jetzt kurz zeigen, wie man hier so ein neues Textexpander Tool anlegt. Da gehst du einfach hier auf neuer Baustein, dann sagst du den Inhalt reinschreiben. Also zum Beispiel geht mir wahnsinnig auf den Keks das Wort Auto, Vervollständigungsassistent, das ich in Vorbereitung auf dieses Video ca. 100 Mal hätte schreiben müssen. Das habe ich hier einfach eingegeben, habe dann einfach hier als Kürzel Strichpunkt Auto, Vervollständigungsassistent eingegeben und damit ist dieses Ding gespeichert gewesen, damit ist dieser Textbaustein gespeichert gewesen. Und wenn ich jetzt hier wieder auf mein Word-Dokument gebe und gebe AVA ein, dann habe ich hier sofort Auto, Vervollständigungsassistent stehen, funktioniert also alles wahnsinnig schnell. Aber warum erspart dir ein Auto, Vervollständigungsassistent eigentlich so viel Zeit? Anstatt immer wieder die gleichen Antworten tippen zu müssen, reichen ein paar Tasten. Einmal programmiert, sind deine Vorlagen immer wieder anwendbar. Hier ein kurzes Rechenbeispiel. Jede Anwendung erspart dir nur 10 Sekunden, was ein extrem niedriger Wert ist. Und du verwendest den Autovervollständigungsassistenten 6 Mal pro Tag, ebenfalls extrem niedrig. Das bedeutet, du ersparst dir 1 Minute pro Tag, 30 Minuten pro Monat, 6 Stunden im Jahr und jede Menge Nerven. Ich möchte dir hier jetzt noch ein paar Peispiele bringen, was du alles so mit dem Text-Expander machen kannst. Es sind natürlich endlose Möglichkeiten, hier nur ein ganz, ganz kurzer Ausschnitt. Zum Beispiel die Kontodaten. Wenn du hast ein Konto, da musst du immer IBAN und PIC angeben, wenn du das irgendwem schickst. Das ist jetzt ganz einfach. Für mich Konto 1 heißt schon, ich schicke demjenigen meine Kontodaten, beziehungsweise sogar meine Paypal-Daten noch zusätzlich. Wenn du irgendwelche E-Mail-Adressen eingeben willst, dann kannst du das auch. E-Mail-Cello 1 würde das zum Beispiel für mich bedeuten, wäre meine Cello-E-Mail-Adresse. Dann kannst du ganze Adressen, zum Beispiel zu Hause, würde ich hier jetzt meine Adresse eingeben und kommen. Oder die Telefonnummer. Einfach zack, kurz drei Buchstaben eingeben, Strichpunkt TEL und schon kommt die Telefonnummer. Du kannst natürlich auch das heutige Datum eingeben oder du kannst ein Kürzel für die heutige Zeit oder momentane Zeit sogar angeben und dergleichen mehr. Oder eben Standardantworten, wenn ich eine Audio-Antwort verschicke, dann kommt hier gleich Hallo, dann kann ich hier noch den Namen eingeben, dann kann ich hier das Audio-File eingeben, brauche nur mehr auf Senden klicken und bin fertig. Du siehst also, es geht alles wirklich sehr, sehr schnell und vor allem sehr, sehr einfach. Gefällt dir, was ein Autovervollstellungsassistent so macht? Dann habe ich jetzt hier zwei Tipps für dich. Für Windows empfehle ich dir den Phrase Express und für Mac den Text Expander. Die Adressen findest du wie immer unterhalb dieses Videos bzw. jetzt auch im Video eingeblendet. Viel Spaß mit dem Autovervollstellungsassistent und bis zum nächsten Selbstmanagement-Hack-Video. Wenn du von YouTube informiert werden willst, wenn ein neues Video erscheint, dann abonniere doch meinen Kanal gleich hier rechts oben im Bild. Vielen Dank fürs Zusehen und genieße deinen Tag.